Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Pulheim. Das Objekt wurde 1993 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über vier Schlafzimmer, drei Badezimmer, eine Gästetoilette und fünf Garagenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 216 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 398.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.